Simone Schmidt und Friedrich Braun schauen nach den Rehen, die sie in diesem Jahr bei sich aufgenommen haben. 13 Stück leben seit dem Frühling bei ihnen auf der Pflugsmühle. Nachdem sie jahrelang Privatwildtiere gerettet haben, haben sie vor rund zwei Jahren den Verein Rehkitz und Tierhilfe Franken e.V. gegründet. Der Verein hat im Grunde genommen zwei Aufgaben. Das eine ist das Drohnenfliegen, das Abfliegen der Wiesen vor der Mart und das andere ist dann verwaiste, verletzte, kranke Tiere zu retten und wieder aufzupäppeln und freizulassen. Wenn die Rehmütter im Frühjahr ihre Kleinen im hohen Gras verstecken, bitten Landwirte oder Jäger den Verein um Unterstützung bei der Suche. Über 1100 Hektar Wiesen suchen Friedrich und die Helfer pro Jahr mit der Drohne ab und retten den kleinen Rehen damit das Leben. Während diese Kitze wieder freigelassen werden, kümmern sich Simone und Friedrich aber auch um verletzte und verwaiste Tiere. Die Verletzten sind entweder von einem Autounfall oder aber sehr, sehr häufig Hundebisse. Das ist leider sehr, 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 sehr oft. Und die Verwaisten, ja, da ist meistens die Mama eben bei einem Autounfall überfahren worden. Dann schauen wir nach den Kitzen oder der Jäger findet sie und dann werden die aufgepäppelt. Die Großtiere, die kamen, waren auch viel vom Sommer, wo es so trocken war, die nichts mehr zu fressen gefunden haben, kein Wasser mehr hatten. Und die einfach absolut geschwächt waren und die haben wir aufgepäppelt und sind dann aber auch relativ schnell in die Reviere zurückgekommen. Die verwaisten oder verletzten Kitze bleiben circa neun Monate bei Simone und Friedrich, bis sie im Februar wieder ausgewildert werden können. Über 100 Tiere pro Jahr werden von den beiden aufgenommen und gesund gepflegt. Und dazu zählen nicht nur Rehe, auch Füchse, Eichhörnchen, Igel, Enten und sogar zwei Waschbären haben auf der Pflugsmühle ein Ort der Zuflucht gefunden. Um die Kosten für Tierarzt und Futter stemmen zu können, sind sie auf Spenden angewiesen. Doch nicht nur mit Geld kann man sie bei ihrer Arbeit unterstützen. Was uns natürlich sehr, sehr hilft, ist finanzielle Hilfe, finanzielle Spendenunterstützung. Es wird alles ehrenamtlich gemacht, also auf der Wiese wie auch das mit der Wildtierhilfe. Ansonsten einfach auch vor allem Hundebesitzer selber, dass sie sich dran halten, darauf achten in den Mai, Juni oder auch schon im April, dass sie ihre Hunde an die Leine nehmen. Da reicht teilweise schon, wenn der Hund nur zu dem Kitz hingeht und es beschnuppert. Der muss gar nichts Schlimmes machen, aber dann kann es sein, dass die Geist des Kitz gar nicht mehr annimmt. Neben der Mithilfe von den Hundehaltern werden zwischen April und Juni auch jedes Jahr Helferinnen und Helfer für die Re-Kitz-Suche gebraucht. Zwar muss man dafür recht früh aufstehen, wird dann aber mit einem ganz besonderen Moment belohnt. Wenn wir neue Helfer haben, die uns unterstützen, indem sie mitgehen mit uns auf die Wiese und die können das erste Mal ein Kitz retten oder dann, was oft noch schöner ist, das Kitz entlassen, wieder in die Freiheit. Und wenn die dann sehen, wie sich das Tier freut und wie das rumspringt und macht, das ist wirklich unbeschreiblich. Die Zahl der hilfsbedürftigen Wildtiere wird wohl auch in den kommenden Jahren nicht weniger werden. Aber die Pflugsmühle gibt sich Mühe, jedem Tier, egal welche Art oder welche Geschichte es hat, ein liebevolles Zuhause auf Zeit zu bieten. Mehr Infos zum Verein und wie sie helfen können, finden Sie auf der Webseite.